Hi, ich bin die Romy und mache hier bei Kessel meine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. In den insgesamt drei Jahren meiner Ausbildung beschäftige ich mich mit verschiedenen Logistik- und Versandaufgaben. Dazu gehört sowohl das Annehmen und Kontrollieren angelieferter Waren, als auch das Kommissionieren, Verpacken und auch Verschicken einer Bestellung zu unseren Kunden. Außerdem gehören zu meinen Tätigkeiten das Auslagern von auftragsbezogenen Artikeln sowie das Auffüllen der Supermarktregalen in unseren Produktionsbereichen. Bei Kessel gefällt mir vor allem die Vielfältigkeit in den verschiedenen Bereichen, natürlich auch die Anerkennung, den Respekt und die Wertschätzung meiner Kollegen und Kolleginnen, so dass ich jeden Tag aufs Neue immer wieder gerne in die Arbeit gehe. Wir freuen uns, dich bei uns in der Logistik zu begrüßen. Gerne kannst du auch ein Praktikum machen, um die Berufe der Fachkraft für Lagerlogistik hineinzuschnuppern. Nutze dafür einfach das Karriereportal unter karriere-kessel.de Den Link dazu findest du in der Infobox. Mach deine Ausbildung bei Kessel!